Es ist 5 nach 12, das sagt der Chef des Robert-Koch-Instituts gerade. Und er meint damit nicht die Uhrzeit, er meint die Corona-Lage hier in Deutschland. Aber ist die Corona-Lage wirklich so dramatisch, so dass alles zu spät ist? Das meint ja 5 nach 12. Es gibt so viele Corona-Fragen, so viel Unsicherheit, wieder Ungewissheit. Und bei uns im Studio deshalb jetzt der Top-Virologe Hendrik Streeck bei BILD Live. Und Sie zu Hause haben die Möglichkeit, uns zu fragen, nein, ihn zu fragen. Herzlich willkommen und er antwortet hoffentlich. Sehr gerne. Was glauben Sie, Herr Streeck, was ist im Moment das, was die Deutschen in dieser Corona-Situation am meisten umtreibt? Was wird die meistgestellte Frage aktuell sein? Also die Frage, die mir am meisten gestellt wird, ist, ob man sich boostern lassen soll oder nicht. Weil auf der einen Seite ja die STIKO-Empfehlung da ist und auf der anderen Seite der Bundesgesundheitsminister gesagt hat, jeder kann sich boostern lassen. Die Frage ist, wie medizinisch sinnvoll es ist. Und da bin ich sehr bei der STIKO, dass man sagt, man soll jetzt mal wirklich denen den Vortrag lassen, die die Gefahr haben für einen schweren Verlauf und wo potenziell die Impfung nachgelassen hat. Also ältere, vulnerable Gruppen, Risikopatienten und so weiter. Und dass man dann anfängt mit einer Altersstratifizierung und Risikostratifizierung und dann vielleicht auch später dann über eine Boosterung für andere nachdenkt. Aber der Effekt ist in dem Sinne noch nicht wirklich evident, dass es auch bei Jüngeren einen Einfluss hat. Da ist ja die CDC-Empfehlung oder die Empfehlung in England relativ ähnlich wie die STIKO. Und nochmal abhängig vom Impfstoff, das ist ja eine Erfahrung, die wir hier diese Woche gemacht haben mit unserem großen Bild-Antikörpertest. Diejenigen, die ja AstraZeneca geimpft bekommen haben, relativ früh im Jahr, die waren da nicht mehr ganz so fein in dieser Antikörpertabelle, die wir hier aufgestellt haben. Da war es nicht dramatisch, aber die standen eben nicht mehr so gut da, wie die Kollegen und Kolleginnen, die BioNTech oder Moderna bekommen hatten. Oder auch nur einen Shot Johnson & Johnson. Auch da waren die Antikörper eher im unteren Bereich. Ja, aber Johnson & Johnson, auch AstraZeneca, soweit ich weiß, ist sehr interessant. Die, weil während BioNTech und Moderna einen schnelleren Abfall haben in den Antikörper-Leveln, ist bei Johnson & Johnson und AstraZeneca der Wert niedriger von Anfang an. Aber die haben nicht ganz so einen schnellen Abfall. Und bei einigen kreuzt sich da schon der Graf, also dass dann am Ende vielleicht die beiden Vektor-Impfstoffe doch höhere Antikörper im langen Verlauf haben. Also bloß keine Booster-Panik würden Sie aktuell machen unter den jüngeren Leuten, während die Älteren doch jetzt langsam boostern sollten, aber keine Booster-Panik. Nein, das Einzige, was wichtig ist, jemand, der Johnson & Johnson gekriegt hat, der sollte einen Booster bekommen. Eine Drittimpfung ist vor allem für die vulnerablen Gruppen entscheidend. Die anderen können dann noch warten. So, wir haben es versprochen, nicht nur wir dürfen hier unsere Fragen an Sie stellen, sondern auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie beschäftigt nämlich derzeit ganz viel zum Thema Corona. Wie sieht es mit Weihnachten aus? Kommt, ja, ich will gar nicht sagen, das böse L-Wort. Wir schauen in den nächsten Wochen aus. Wir fangen jetzt mal an, uns wurden Videos eingeschickt. Frau Wille aus Saarbrücken hat eine dringende Frage. Es geht um das Thema Impfpflicht. Guten Tag, Herr Professor Streeck. Ich bin die Frau Wille aus Saarbrücken. Ich hätte mal eine Frage an Sie. Wäre die Pandemie nicht schneller vorbei, wenn wir eine Impfpflicht hätten? Ja, also das finde ich eine sehr interessante Debatte, die man da führen kann mit der Impfpflicht. Die Frage ist nur, wie man das einmal umsetzen will. Man kann ja, ich glaube auch Bundesgesundheitsminister Spahn hat das ja in der PK heute gesagt, dass man ja nicht von Tür zu Tür ziehen kann und die Leute vor die Nadel ziehen kann. Auf der anderen Seite sehe ich es aber auch als schwierig an. Weil es ist ein Impfstoff, den wir zwar viel Erfahrung mittlerweile mit haben, aber nicht sagen können, wie lange ist denn der Impfschutz? Wie häufig brauchen wir einen Booster? Kann jeder wirklich Moderne bekommen oder doch braucht er dann doch eher Biontech? Und da hat ja auch die STIKO gerade eine revidiert in den Empfehlungen. Und einen Impfstoff, wo wir immer noch wechselnde Empfehlungen haben und auch noch nicht genau die Schutzdauer und Wirkung vorhersehen können, für so einen Impfstoff können wir einfach keine Impfpflicht aufsprechen. Auch nicht für besondere Berufsgruppen, beispielsweise wie Frankreich es macht, beispielsweise auch wie der Ethikrat ja die Empfehlung ausgesprochen hat, dass Pflegepersonal es verpflichten zu einer Impfung? Aber ist ja das gleiche Argument. Also es ist natürlich, man muss appellieren, dass man sich impfen lässt. Aber stellen wir mal uns vor, vor acht Monaten hätten wir eine Impfpflicht für Pflegeberufe gehabt mit AstraZeneca. Und heute wissen wir aber, dass AstraZeneca bei Frauen ab einem bestimmten Alter nicht geben dürfen. Daher mit so einer Revision immer in den Empfehlungen der STIKO, da kann man im Moment eigentlich keine Impfpflicht aufsprechen. Das ist Ihre Einschätzung, Verzeihung zur Impfpflicht. Nur die Zuschauerin fragte ja auch, ob mit einer Impfpflicht ihrer Auffassung nach die Pandemie vorbei wäre. Also hätten wir, wenn es die Impfpflicht gäbe und umgesetzt werden könnte, hätten wir dann heute kein Corona mehr? Also in einer theoretischen Welt, wo wir alle geimpft hätten in Deutschland, da wären wir in einer sehr viel entspannteren Lage. Und wir würden eher von einer Pandemie in eine Endemie übergehen, aber wir hätten immer noch höhere Fallzahlen, weil wir ja auch bei Geimpften immer mal wieder Infektionen sehen. Also der Winter wäre in jedem Fall entspannter und wir würden auch schneller durch diese Pandemie kommen. Das stimmt. Ja, vielleicht wird das ja als Anreiz verstanden. Wir an all die 15 Millionen sind es derzeit in Deutschland, die einen Piks bekommen könnten und sich derzeit aber noch dagegen entschieden haben. Wir schauen weiter. Elke kann sich nicht erklären, woher kommen jetzt eigentlich diese hohen Zahlen im Vergleich zum letzten Jahr? Und in Ihre Frage wollen wir einmal reinschauen. Hallo, mein Name ist Elke. Was mich interessieren würde, ist, wo kommen dieses Jahr die hohen Infektionszahlen her? Die haben sich verdoppelt und wir sind jetzt erst im November im Verhältnis zum letzten Jahr waren wir bei noch nicht mal 20.000. Ja, also auf der einen Seite haben wir natürlich erstmal die Saisonalität, weswegen die Fallzahlen natürlich auch deutlich ansteigen. Zusätzlich haben wir viele dieser Kontaktbeschränkungen, die wir im letzten Jahr hatten, einfach im Moment gar nicht mehr. Die Mobilität hat deutlich zugenommen. Wir sehen uns wieder, wir umarmen uns, wir feiern. Deswegen sehen wir auch erhöhte Fallzahlen. Zusätzlich kommt auch noch, dass wir nicht mehr richtig testen. Wir haben Kontaktnachverfolgung in dem Sinne aufgegeben, dass wir gar nicht mehr wissen, wer im Moment infiziert ist und wer nicht. Vor allem symptomatische Menschen werden getestet, sodass man mit einer ganz großen Dunkelziffer im Moment rechnen muss. Also viel höher auch als im letzten Jahr. Und das erklärt wahrscheinlich auch, warum wir diesen Unterschied sehen, also unser Verhalten und auf der anderen Seite, dass wir das Dunkelfeld überhaupt nicht ausgeleuchtet haben. Und das kann dann offenbar auch die Impfung nicht abfedern, diesen Effekt. Ja, ich glaube, die macht es im Moment schon. Und das ist ja das bisschen Besorgniserregende, dass wir trotz Impfung solche Fallzahlen haben. Und wir haben einen Effekt durch die Impfung, die das Infektionsgeschehen herunterbringt. Und vor allem auch die Intensivstationen im Moment noch ein wenig entlastet. Die Problematik ist aber, hätten wir so eine Infektionszahl im letzten Herbst und Winter gehabt, dann wäre unser Gesundheitssystem kollabiert. Also man sieht diesen deutlichen Unterschied. Wir haben 50.000 Fälle und in den Intensivstationen ist es zwar kritisch, aber wären 50.000 im letzten Jahr gewesen, dann hätte es ganz anders ausgesehen. Und auch jetzt schraubt die Regierung an den nächsten Maßnahmen. 2G plus ist jetzt das Stichwort, das hat der Bundesgesundheitsminister heute angekündigt. Und auf weitere Maßnahmen, noch härtere Corona-Regeln wieder, zielt auch diese Zuschauerfrage. Wir hatten letztes Jahr einen Lockdown. Kommen wir dieses Jahr ohne Lockdown durch den Winter? Also ich finde, im Lockdown generell kann man einfach nicht ausschließen, auch wenn wir alles tun müssen, um einen Lockdown zu vermeiden. Was wir brauchen im Moment sind Eskalationsstufen, wo wir sagen, dass bei bestimmten Belegungen, zum Beispiel in den Krankenhäusern, wenn bestimmte Schwellenwerte überschritten werden, dass wir dann härtere Maßnahmen einführen. Die erste Stufe könnte zum Beispiel sein 3G plus, also geimpft, genesen und PCR getestet. Die nächste Stufe vor allem für Großveranstaltungen könnte sein 2G, wo man dann bei den Großveranstaltungen eben nicht mehr darauf setzt, dass wir zu viele Ungeimpfte drin haben, die dann auch die Intensivstationen belegen. Und die folgende Eskalationsstufe zu sagen 2G plus, also dass man vorher nochmal alle Antigen testet, die Geimpften und Genesenen. Das hatte ja der Gesundheitsminister Spahn vorgeschlagen. Weiter wären es dann Kontaktbeschränkungen oder dann Absage von Großveranstaltungen. Ich denke nicht, aber wenn man da über Großveranstaltungen redet, dass das generell eine Regel sein sollte für alle öffentlichen Bereiche. Also dass man sagt, dass Restaurants nur noch 2G plus sind oder dass Einkaufen nur noch mit 2G plus geht. Also da müssen wir, glaube ich, Unterscheidungen machen. Vor allem die Bereiche, wo viele Menschen zusammenkommen, da müssten wir restriktiver sein. Wenn Sie die Bilder aus Köln sehen, gestern jetzt der 11.11., was geht Ihnen da durch den Kopf? Ja, meine Sorge war gar nicht die Feier draußen. Da wissen wir von Aerosolforschung und auch vom Verhalten des Virus, dass wir da nicht unbedingt großen Ausbrüche kriegen. Meine Sorge war eher, und das kann ich nicht von solchen Bildern einschätzen, was in den Innenräumen, in privaten Feiern passiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass es große Karnevalsfeiern gegeben hat, wo gelacht, gesungen, geschunkelt wurde. Und auf sowas blicke ich im Moment ein bisschen mit Sorge, weil wir dadurch natürlich Ausbrüche generieren, die wir im Moment gerade nicht mehr vertragen. Sollte man sich auch geimpft bei so einer Veranstaltung, 2G-Veranstaltung in den Armen liegen oder empfehlen Sie mittlerweile nicht mehr mehr das? Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir uns allen bewusst sind, dass wir noch mitten in der Pandemie sind, dass wir in einer kritischen Lage sind, dass es auch schwer einzuschätzen ist, wie hoch die Fallzahlen gehen werden. Keiner kann das vorhersagen, wann wir da einen Schwellenwert erreicht haben, wo es einfach nicht mehr höher geht. Wir wissen auch nicht, wie viele Menschen jetzt auf den Intensivstationen aufgrund dieser Fallzahlen, die wir heute haben, in ein paar Tagen landen werden. Das sind alles aufgrund der Impfung, die hilft, aber schwer vorhersehbar. Und daher würde ich jedem empfehlen, erst mal einmal mehr Abstand zu nehmen, eher mal die Maske zu tragen, eher sich mal testen zu lassen oder eher auch mal zu Hause zu bleiben, wenn sie sich Sorge haben zu infizieren, als dass man das Risiko eingeht. Dazu eine weitere Frage unserer Bild-Zuschauer. Hallo Herr Streeck, ich hätte mal eine Frage, und zwar habe ich jetzt von einzelnen Weihnachtsmärkten gehört, die nicht stattfinden leider. Und mir leuchtet das nicht ganz ein, weil die sind ja eigentlich an der frischen Luft. Inwiefern ist so ein Weihnachtsmarkt denn doch dann ein Problem? Ja, da gebe ich vollkommen recht. Also an den Außenbereichen haben wir eigentlich nicht so die Sorge, dass wir da die großen Übertragungen haben. Im Gegenteil, ich würde mir eher wünschen, dass die Leute sich draußen treffen, wo man vielleicht auch mal ein bisschen Abstand eher halten kann, wo die Übertragung sehr viel unwahrscheinlicher ist als in den Innenräumen. Und daher verstehe ich nicht, warum man Weihnachtsmärkte absagen kann. Man kann natürlich nicht jedes Risiko reduzieren, jede Übertragung vermeiden. Das geht nicht, aber auf Weihnachtsmärkten haben wir nicht das große Problem, wie wenn wir das jetzt im Club zum Beispiel hätten. Ihre Prognose Weihnachten, so wie wir uns das wünschen in diesem Jahr? Ja, es wird nochmal ein komplizierter Herbst und Winter, das merken wir ja alle. Und es ist auch unheimlich schwierig, eine Prognose abzugeben, wie sich das weiterentwickelt. Also wie gesagt, es kann plötzlich sein, dass die Welle abflacht, dass es zwar wieder weiteren Anstieg haben, aber dass es abflacht, es kann sein, dass es noch sehr viel weiter hoch ansteigt in den Fallzahlen. Das kann man im Moment sehr schwer vorhersagen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber reden und was da vielleicht ist, wenn ich stimme ich mit Herrn Wieler darüber ein, dass wir ein bisschen spät jetzt darüber reden, was eigentlich unsere Eskalationsstufen sind und dann was wir das festmachen können. Weil die Inzidenz haben wir ja nicht gut bestimmt und wissen gar nicht, wie viele Infektionen es gibt. Und auch bei den Krankenhausbelegungen oder intensivmedizinischen Belegungen wissen wir ja auch nicht genau, wo hier eigentlich unsere Schwellengrenzen sind. Und das nach zwei Jahren Pandemie mittlerweile. Wissen Sie eigentlich, wer die Corona-Politik, die Corona-Regeln in Deutschland aktuell aufstellt? Wer macht das gerade? Ja, ich glaube, das passiert natürlich in der Politik, wahrscheinlich in vielen Hintergrundgesprächen. Das ist natürlich eine schwierige Situation, weil wir eine amtierende Regierung im Moment noch haben, die für diese Regeln im Moment verantwortlich ist. Das sind ja nicht die Koalitionäre oder das ist zumindest immer noch über die epidemische Lage nationaler Tragbeit bis zum 24.11. ja gedeckt. Daher werden dort auch die Entscheidungen getroffen. Alles andere wird dann wieder über die Parlamente entschieden werden müssen. Aber da wir in diesem Übergang sind, ist es natürlich schwierig, da auch eine gute Entscheidung zu treffen. Wenn Olaf Scholz jetzt sagt, wie vorgestern, wir müssen jetzt Deutschland winterfest machen, ist das eine Aussage, die aus Ihrer Sicht nicht ein bisschen spät kommt? Müssten wir nicht schon längst winterfest sein zu diesem Zeitpunkt? Ja, mit dem Expertenrat NRW hatten wir ja dafür geworben, dass wir einen Winterreifen- und einen Sommerreifen-Modus haben. Im Sommer wussten wir, dass wir niedrige Fallzahlen haben werden, dass wir damit auch gut umgehen können. Da hätte man die Maske auch mehr weglassen können, in meinen Augen. Im Winter müssen wir natürlich Bevölkerung wieder darauf vorbereiten, dass es da anders aussieht, dass wir wieder steigende Infektionszahlen haben werden. Also diesen Unterschied, den hätte man von Anfang an auch kommunizieren können, dass wir eben einen Sommerreifen- und einen Winterreifen-Modus brauchen. Bei Corona merken wir seit mittlerweile eigentlich zwei Jahren, es gibt kein Thema, das die Deutschen mehr beschäftigt, weil es ihren Alltag eben so sehr bestimmt. Und gleichzeitig gibt es kein Thema, was die Deutschen so nervt. Bitte mal was anderes. Sind Sie selbst genervt von Corona, obwohl das ja großer Teil Ihres Jobs ist? Ja, also da muss ich unterscheiden. Fachlich bin ich nicht genervt von Corona. Also da gibt es unheimlich viele spannende Fragen und auch Publikationen, an denen man arbeitet. Und da bin ich überhaupt nicht genervt. Natürlich einige Fragen, die man gar nicht beantworten kann. Wie geht es weiter in den Prognosen? Wie wird der Herbst? Wie wird der Winter? Wie wird Weihnachten? Das kann man ja gar nicht vorhersagen. Und das sind dann Fragen, die dann irgendwann auch schwierig sind. Wie handeln Sie das denn privat als Virologe? Gehen Sie jetzt noch zu einem Abendessen, wo 10 oder 20 Menschen sind? Und würden Sie auf eine kleine Party gehen, wo ist Ihre ganz persönliche Grenze? Unterschiedlich. Das kann ich nicht so pauschal beantworten. Was wir häufig machen, das ist aber auch gerade im Krankenhaus eine besondere Sorgfaltspflicht, dass wir, wir sind ja alle geimpft in unserem Institut, ausnahmslos. Aber wenn wir dann in private Treffen gehen, also wie ich das dann halte, dass ich mich häufig vorher nochmal teste, um einfach das Infektionsgeschehen niedrig zu halten. Ich finde es richtig, dass wir jetzt kostenlose Tests wieder anbieten können, weil dadurch können wir einfach den Menschen auch mehr Eigenverantwortung geben, dass sie selber sich einmal mehr testen als zu wenig. Letzte Frage. Welche Bereifung tragen wir denn gerade? Draußen ist es nass, kalt. Sind das noch Sommerreifen, auf denen wir fahren? Oder haben wir da wenigstens Allwetter schon? Ja, ich glaube, das Auto wird gerade in die Garage gefahren. Gut, das klingt, es dauert es noch ein bisschen, bis wir die richtige... Lockdown in die Garage gefahren. Nein, 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 das habe ich nicht gesagt. Richtige Bereifung aufziehen. Nein, aber es geht ja genau um das, dass wir eben Eskalationsstufen entwerfen, dass wir auch gucken, für welches Wetter brauchen wir die richtigen Reifen. Vielleicht, dass wir da auch mal schneller und agiler sind, dass wir mal an dem einen Tag die Reifen aufziehen und auf dem anderen die anderen Reifen. Und dass wir aber trotzdem deutlich machen, dass wir hier in eine angespannte Situation reinfahren und deswegen Vorsicht geboten ist. Das war die Corona-Sprechstunde hier bei BILD Live. Danke an den Top-Virologen, Professor Hendrik Streeck hier bei BILD Live. Sie durften fragen und er hatte, wie ich finde, sehr klare Antworten darauf. Kupfer-Dialogen 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 Vielen Dank.